Und direkt wieder rein. Willkommen, willkommen, willkommen zurück. So, ich muss den Typen jetzt mal hier reinlassen. Der kippt mir auf den Sack sonst. Und wir brauchen auch dringend das Zeug. Dringlichst Platz haben wir genügend. Daran sollte das jetzt nicht scheitern. So, dann dir mal einen schönen Tag. Mach mal hier hinten zu. Werste dann bitte? Keine Zeit mehr hier. War schon lange keiner mehr in der Werkstatt. Fällt mir gerade auf. Okay, der ist raus. Dann können wir schließen. Wir müssen leider immer schließen, sonst kommt nämlich Klausack und klaut uns. Guten Morgen. Keine Produkte. Place 5, Place 5. Das lasse ich jetzt erstmal noch hier stehen, wenn ich keine Zeit jetzt gerade habe. Place 5, Place 5, Place 5, Place 5. Dann sind wir auch wieder voll. Können wir alle playsen, das ist genügend Platz. Dann müssen wir Kippen kaufen. Okay. Hatte ich ja nicht, habe ich ja nicht Treibstoff jetzt schon bestellt? Ich glaube ja, ne? War jetzt gerade erst. Bin mir gerade echt gar nicht so sicher. Oh, sorry. Habt ihr eins geschenkt? Seid ihr froh, ihr habt ihr als geschenkt? Mann. Was ist denn? Oh, no, no, no. Ja, ja. Jetzt ist auf jeden Fall einer in der Werkstatt. Muss ich Kumpel jetzt gleich Bescheid sagen. Finde ich so, dass ich den ja anrufen könnte oder so. 2 Euro Trinkgeld. Nice. Ich glaube, deinen Kofferraum habe ich noch nicht. Kannst du mal noch warten? Komm mit rein. Sollte kein Problem sein. Aber nicht am Steuer trinken, ne? Alkohol. Weißt du schon. So. Wir haben Angestellte. Das ist eher... Doch, ich kann den auch hier. Ich kann den einfach... Boah, wie gut. Ich kann den einfach rufen. Nice. Okay, ich würde jetzt gerne noch bestellen. Und zwar brauchen wir... Zigaretten. Dann haben wir von allem was. Wie viel kostet uns das hier? Boah, das sieht gut aus. Das läuft. Das Ding, das Fach ist nämlich gar nicht mehr so gut gefüllt. Aber das reicht ewig. Letztes Mal habe ich jetzt, wo ich bestellt habe, da habe ich gar nicht so viel bestellt von dem Zeug. Wenn sie nicht alle so übelst viel Dings kaufen, dann reicht das. Autozeug brauche ich wahrscheinlich. Was ist mit dir mit dir? Okay, der fährt wieder, der hat zu lange gewartet. Ich glaube, ich habe den Scheißer gehört, oder? Kann das sein? Da eben was rennen hören. Morgen! Darf ich ganz kurz an dein Auto? Wacht der ja nix, ne? Ach, schön, die Clown, alter. Haha, geil. Da müssen wir aufpassen. Oh, weiter unten. 19 Dollar für so ein Meisterstück. Was für ein Ekelpansen, ich bin... Haha, Lagerhaustor. Ähm, werte Gäste, ich bin gleich bei Ihnen. Moment. Unten. Ja, ja, ich komme schon. Ja, bin schon da. Sind doch schon da. Moment. Ja, immer so. Rum, Nerv. Was ist denn mit dir? Hat sich ja gelohnt. Von Farmer. Aber ich habe jetzt keine Zeit. Na, da packt man es aber bei der Lettage voll, wa? Keine Produkte. Ähm, place all, place all, place all, place all. Mist, das habe ich gar nicht mehr alle hier. Ah, so ein Mist. Ja. Super, Flanstorm. Du kleines, dreckiges, ich wurde beraubt. Was soll das? War aber nicht lange offen gelassen. Boah, wie ekelhaft ist das denn bitte? Frechheit. Bis. Na, moin, Polizist. Wie sieht es denn aus? Wie geht's so? Also, ich danke dir. Gut, dass dem das nichts ausmacht. Bin ich schon mal echt froh drum. Boah, Junge. Danke. Man kann aber noch zweimal für ein Auto oder so. Kann nicht geöffnet werden. Okay. Kein Ding. Weiß doch. Was? Boah, ich muss das Ding zumachen. Alter, ich drehe durch. Übrige Zeit? Ja, Autos knacken. Okay, das machen wir jetzt gleich. Boah, wie kacke, man. Übrigens beklaut wurde jetzt gerade. Na, toll, die fehlen jetzt auch noch. Hm. Shit. Okay, pass auf. Guck mal, du dich mal abends tanken kurz. Ach, du Heilige. Ja, ja. Ist schon weg, der Müll. Hast du mal, ich lieber schnell selbst, weil der ewig braucht. Und der ist auch nicht gut, glaube ich, im Abpassieren oder so. Irgendwie war das, seinen Durchschnitt bedöhnte. Ja, ihr müsst. Dann schmeißt doch nicht so viel Müll da rein, Leute. Neckert mich rum. Aber außerdem, weil ich war keine Zeit hier gerade. Weil ich im Partybus auch knacken. Eigentlich. Wagt schon Freund. Wäre gut zu wissen. Das sind aber immer die Partybus-Gäste oder sowas. Keine normalen Leute hier. Jod ihr auch, Alien. Freund der Außerirdischen. Nein. Schön vorsichtig. Okay, das Ding hat trotzdem noch gezählt. Na, ist ja schön. Guck mal, wie die einkaufen. Unglaublich. Und der Kipp kümmert sich um Kraftstoff. Bin ich sehr dankbar. Ja, so langsam läuft. Genau, wir machen Party, ne? Da brauchen wir viel Alkohol. Ja, ja. Weiß, weiß. 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 Bei den Kippen muss man mal vorsichtig sein. Ist ein Haufen Geld, was, was verschleudert wird, wenn man da nicht aufpasst. Und Alkohol auch. Alter. Der ist nicht zufrieden. Das ist es. Kein Trinkgeld. Das hätte gute Trinkgeld gegeben. Das ist halt kacke, wenn das Zeug dann so wegfliegt. So, dann einmal das und einmal das und einmal das. Das heißt, da bin ich Ihnen zufrieden. Das war Ungewöhnlich für die Trinkgeld, danke. Echt nett von dir. Boah, wie viele Leute kommen hier noch. Danke. da muss man ja ganz schön abkassieren hier steht ja muss er muss pause machen das geht nicht anders muss selbst in die werkstatt gleich aber wenn du haufen produkte hast kaufen die auch richtig viel ein die exe aufgepasst ich habe ja gleich keinen platz mehr 6,36 euro ja das war klar ja ja keine zeit für dich so dann gehen wir mal ganz kurz in die werkstatt du wartest schon ewig hier das tut mir echt leid sorry man ich habe keine reifen mehr ok ich glaube der will nur einen reifen ja ich könnte man den typen jetzt echt gut gebrauchen aber ja sieht er selber ja das unbedingt das zeug bestellen 300 das gibt richtig kohle ok das interessiert mich jetzt gerade überhaupt nicht meister ja der muss ja mal ein zeug haben easy wenn wir da runter ne zu weit ein kuhschädel was soll mir das bringen das kann ich ja überhaupt gar nicht verkaufen eigentlich das ganze zeug ja ich kann es hier hinstellen als dekoration oder so wenn man das will bin mir nicht sicher ja das fast losgelassen was meckert er rum habe ich auch nicht verstanden so lieferungen ich brauche mal wieder produkt die sind ja alle rot hier aber egal man bekommt ja trotzdem zeug raus ich muss mich echt mal ein bisschen beeilen das ist echt doof wenn man hier so gut wie alleine alles macht hier trotz angestellten der einfach immer ständig pause machen muss aber zumindest können wir gleich mal mehr sprit bestellen so werkstatt und kraftstoff bestellen moment kraftstoff das mache ich mal eben ganz schnell noch zwischendurch zwischendurch lieferung kraftstoff 300 liter zumindest das ist gut aber ein bisschen mehr ruhe ein bisschen mehr ruhe habe ich das eigentlich geschafft mit dem knacken wahrscheinlich nicht aufgabenlässe du gehst mal hier autos reparieren das mal bitte zügig ja ich mach das schon auf bin ja schon da bin ja schon da du bringst mir guten stopp das ist sehr nice sehr gut hier platz habe ich jetzt hier allerdings nicht mehr ich muss autoteile bestellen bringt nichts ich muss das zu machen ich kann das tut mir leid aber es muss ein bisschen zu machen das ding beim fahr kommen nämlich sonst und klauen hier die dreckigen hast du steht nur einer das ist okay hoch wie steigst du denn aus hast du da wie sitzt du da in deinem auto drin ok ja sorry wenn du erwarten musstest das tut mir echt leid geht doch woanders einkaufen keine geduld so ewig haben die jetzt genau auch nicht gewartet boah sieht das hier aus boah wie dreckig jungs 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 und dann ist das schon wieder sauberer das aus du kriegst deinen sprit hier wir können wir denn jetzt 400 liter oder so können wir jetzt speichern wahrscheinlich oder knapp 400 da habe es nicht hey willkommen willkommen habt ihr doch sonst immer so gut jetzt neben stress oder was morgen der polizist dass sie da sind ich freue mich so weit unten ach du heilige aber noch zwei versuche nach den zwei versuchen wir das da nicht hinbekommen war es dann ja hat sich das auch erledigt habe ich dich schon ja habe ich schon gerade gar nicht viel los hier können wir den auch gleich mit wieder in die pause schicken bevor er komplett runter ist und ich muss unbedingt das zeug einräumen dann haben wir nämlich hier den 10 10 10 was aber viel hin was 10 10 10 10 auf dieses ding passt leider ja nicht so viel und hier haben wir auch haben wir jetzt wieder auf und dann bestelle ich jetzt gleich die blöden auto teile ich hoffe das ist jetzt echt billiger naja 60 jetzt gerade auch wirklich ja wie wir haben wir denn ja leute einfach geil ja morgens hast du so schön ist ein kommer raum überwachen einfach glaube einfach oder es versuche ein bisschen weiter runter einiges an geld na das ist schon geil schlagzeug einfach aber das passt jetzt hier nicht hin man könnte das höchstens da hinten noch so rein machen oder wo das ist jetzt erstmal nur als deko guck mal das habe ich aus dem kofferraum geklaut willst du mich verraten hallo das vom kunden habe ich geschenkt bekommen cool oder voll nice aber ich wollte noch ich wollte natürlich auch sprit geben Mist jo tschüss jo tschüss pfüri gom der polizist jo wartet sonst echt viel zu lange hier werkstatt ist auch wieder ein kunde erst mal aufgebockt damit er nicht abhauen kann das ist sehr gut ja ich komme schon der bringt die reifen glaube ich und so ja bin schon da ja der bringt das auto das gedöhnt ich muss wenigstens dem in der werkstatt jetzt erstmal fertig machen weil der bringt nämlich richtig geld so was hast du denn natürlich reifen würde es auch noch sein ich brauche dringend die kohle wieder werkstatt zeug hat mich jetzt wieder richtig aufgefressen so geldtechnisch aber ich muss die folge beenden leute 26 minuten sind wir schon wieder in einer kasse sind auch wieder fünf leute ist ja unglaublich was denn noch jetzt spiegel welcher waren das jetzt der ja ja was noch hey was denn noch ach was will der denn hier linke maus das da aufheben ich weiß ich habe nichts anderes als das zeug hier boah kann der typ das mal machen schnell mess ich habe die autoteile dafür gar nicht für öl und so einen scheiß kannst du mal in die werkstatt gehen bitte ne bevor du mich nie bezahlt hast eier war nix penner ey mache eier es stehen schon sechs leute ich drehe durch ich habe hier gar nichts gerade hier ja ja okay so jetzt ich hoffe der schafft das mit der werkstatt da noch den typen da weil der hat echt lange gewartet es ist das da rein geflogen das gibt es aber nicht habe extra vorsichtig gemacht okay wir müssen jetzt folge beenden vielen vielen dank erstmal fürs zuschauen ich hoffe ihr habt immer noch spaß ich habe hier sehr viel spaß ah vielen vielen dank macht es gut bis dahin tschüss tschüss